Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Shindy Drama Nach seinem letzten Album Dreams und dem Abgang aus Berlin war es lange Zeit still um Shindy geworden. Monatelang wurde über seine vertragliche Situation bei Ers guter Junge und seine musikalische Zukunft spekuliert worden. Am 11. Januar veröffentlichte Shindy dann seine erste Single-Auskopplung, Dodi, und läutete damit die Promophase seines vierten Albums ein. Drama kommt mit 16 Tracks und beinhaltet keinerlei Features. Das Album kommt über Friends with Money und erscheint als CD und auch als Box. Sierra Kid TFS Das Akronym TFS steht für Team Fuck Sleep. Team Fuck Sleep ist das Label, welches Sierra Kid 2015 gründete und über welches er nach wie vor seine Musik released. TFS kommt als Doppelalbum mit 19 Tracks und beinhaltet Features von Genetik und Felix. Das Album kommt über Team Fuck Sleep und erscheint als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.